48. Kapitel Wu, der Tierarzt Wu fuhr zusammen, als er hinter sich einen Schatten gewahrte. Wie immer war er früh aufgestanden, um im Platanenhof die Kühe zu melken. Er hatte es sich in der Zwischenzeit, den Umständen entsprechend, gemütlich eingerichtet. Der Stall duftete nach frischem Heu, und den Kühen war ihr Leiden, was die prallen, ungemolkenen Euter anging, nicht mehr anzumerken. Wu hatte Tage damit verbracht, den Platanenhof, so gut es ihm eben allein möglich war, auf Vordermann zu bringen. Er war es von Kind an gewohnt, hart und konsequent zu arbeiten. Er war selber in einer bitterarmen Bauernfamilie aufgewachsen, in der chinesischen Provinz, und es war sein Vater gewesen, der den kleinen Flecken Erde bis zu seinem Tod verteidigt hatte, auf dem der Hof stand und in dessen direkter Umgebung gigantische Krane, Wolkenkratzer und Straßen die Gegend veränderten. Das Wirtschaftswachstum forderte seine Opfer. Eines davon war Li Hu, Wu's 80-jähriger Vater, der beim Anbringen einer Protestflagge in eine ungeschützte Kiesgrube gestürzt und seinen Kopfverletzungen erliegen war. Der Entschluss, Tierarzt zu werden, hatte für Wu schon lange festgestanden, auch wenn er deshalb nach Peking reisen und seine Mutter und die geliebte kleine Schwester Lin im Stich lassen musste. Aber er hatte den Kontakt zur kleinen Familie nie abgebrochen und war, per aspera ad astra, über ein erfolgreiches Staatsexamen zu seinem Traumberuf gelangt. Jetzt lebte er auf einem Bauernhof unter Kühen. Wu war, abgesehen von Heimweh und der Sehnsucht nach Mutter und Schwester, das erste Mal in seinem Leben richtig glücklich. Er fuhr herum, wäre fast vom Melkstuhl gekippt und atmete erleichtert auf, als er Ambrosius und Pater Lucius sah. Sie sahen beide schlecht aus. Unrasiert, Pater Lucius mit Ringen unter den Augen, Ambrosius mit fettigen Haaren und ungekämmt. Intuitiv wussten die beiden, dass sie Wu blind vertrauen konnten. So, wie er im umliegenden Chaos im Platanenhof eine kleine heile Welt aufrecht erhielt, so wie er sich hier, am Rand von Bülville, in den Bauernalltag integrierte, all das bewegte nicht nur Ambrosius, sondern auch dessen künftigen Schwiegervater. Sie beschlossen, Wu reinen Wein einzuschenken und ihn als Komplizen beizuziehen. Als sie den kleinen Subaru geplündert und sich auf den Weg zurück ins zerstörte Bülville gemacht hatten, war Ambrosius die zündende Idee gekommen. Bei den Straßensperren hatten sie Glück. Sie wurden lediglich über Nebenstraßen umgeleitet, aber nirgendwo angehalten. Beiden war aber klar, dass sie das Geld, es handelte sich noch immer um schätzungsweise 20 Millionen Schweizer Franken, abzüglich der Millionen, die sie Sabine, der Fußpflegerin abgetreten hatten, nicht im Dienstwagen liegen lassen konnten. Auch das Alters- und Pflegezentrum Elfenberg war keine Option. Es wäre keine gute Idee gewesen, die schwarze Tasche mit dem vielen Geld auf mehrere Spinde zu verteilen und auf diese Weise zu verstecken. Der Reinigungsdienst hatte ja Schlüssel zu allem und jedem. Darum hatten die beiden sich, allerdings unter Lebensgefahr, auf den Weg zum Platanenhof gemacht. Die Straße dorthin war mittlerweile weggebrochen, und Morast leckte am schmalen Pfad, der übrig geblieben war. Dieser unscheinbare Weg war gerade breit genug für den Dienstwagen, und Ambrosius, als Fahrer, kam sich vor wie ein Seiltänzer. Dazu kam seine Übermüdung. Die Fahrt hatte lange gedauert, viel länger als auf intakten Straßen, und die beiden Männer hatten sich nur einen Power-Nab gegönnt. Trotz all der Warnschilder und der verzweifelt leuchtenden Scheinwerfer hatten sie sich im Auto bis kurz vor den Platanenhof durchgekämpft. Dann war die Straße vollends weggebrochen, und vor ihnen befand sich eine Sumpflandschaft, die allerdings wie durch ein Wunder kurz vor dem Hof endete. Dieser stand solide auf trockener Erde. Möglicherweise stand er, wie die beiden Klöster und das Alters- und Pflegezentrum, auf einer Grundlage aus Gneis oder Granit. Frühere Architekten und Planer waren wohl so findig gewesen, die Gegend genau zu prüfen und so zu ermitteln, wo stabil und erdbebensicher gebaut werden konnte. Pendeln, etwas anderes konnten sich weder Ambrosius noch Pater Lucius vorstellen. Sie hatten den Dienstwagen als Amphibienfahrzeug missbraucht, Ambrosius hatte Gas gegeben und das morastige Gebiet durchpflügt. Er hatte auch nicht aufgegeben, als die Räder durchgedreht und das Gefährt gedroht hatte, im Sumpf zu versinken. Er war vom Gas gegangen, hatte den Vierrotantrieb eingeschaltet, und mit viel Glück hatte das Fahrzeug Halt auf dem Flecken Erde gefunden, auf dem der Platanenhof stand. Hier, und nur hier, würden sie ihr Geld verstecken können. Alles andere schien zu unsicher, und die 20 Millionen stellten letztlich die materielle Grundlage für den Wiederaufbau des Pflege- und Alterszentrums Elfenberg dar. Die Autotür auf der Seite von Pater Lucius ließ sich nicht mehr öffnen. Mühsam quetschte er sich über die beiden Sitze, und so standen die beiden Abenteurer nun im Stall vor Wu, dem chinesischen Veterinärmediziner. Ein paar Brocken Englisch und gesunder Menschenverstand reichten, um das Wesentliche zu klären. Wu, der seine Melkrunde soeben beendet hatte, bat die beiden erschöpften Männer in die Küche. Es duftete nach frischgebackenem Brot, und die Kellen und weitere Küchengerätschaften blitzten, als entsprengen sie direkt einem Verkaufskatalog. Ungefragt setzten sich Ambrosius und Pater Lucius an den Tisch, wie zwei Schuljungen, die erwarten, dass ihnen die Mama das Essen auftischt. Wu lächelte in sich hinein. Er brühte Kaffee und schnitt dicke Brotscheiben. Wie junge Leoparden stürzten sich Ambrosius und Pater Lucius darauf. Noch während des Kauens wurde ihnen bewusst, wie lange sie schon nichts mehr gegessen hatten. Dann erläuterte Ambrosius Wu ihre schwierige Situation. Es ging nicht um die Herkunft des Geldes, das wäre viel zu kompliziert gewesen, sondern um die Frage, wohin damit. Wu machte Teller große Augen, wissend, dass man Geld nicht essen kann, ausgeben konnte man es hier auch nicht mehr, und wer überleben wollte, hatte das, was er, in seinem Fall als Selbstversorger, hatte. We have to hide the money, sagte Ambrosius bestimmt. There is no other choice. Wu verstand sofort. Im Raum mit dem Webstuhl, an dem Frau Hull so fasziniert gearbeitet hatte, gab es ein paar lose Bodenbretter. Darunter befand sich ein großer Hohlraum. Möglicherweise hatten die mittlerweile verstorbenen Zwillingsbrüder Nathan und Martinus diesen Hohlraum als Versteck vorgesehen, wofür auch immer. Zu dritt hieften sie die schwarze Tasche mit dem Geld die Treppe hoch, und noch während sie die eingeschweißten Notenbündel unter den Bodendielen verstauten, wurde Ambrosius bewusst, wie riskant das war. Er kannte diesen Wu ja nun wirklich kaum, hatte ihn als nüchternen, hart arbeitenden Wissenschaftler wahrgenommen, keineswegs aber als Komplizen. Er musste ihn also einbinden in seinen Traum, in den Traum, den Elfenberg zum Pflege- und Alterszentrum der Zukunft zu machen. I need some paper. bat Ambrosius den Chinesen. Fix griff dieser in eine Schublade im Wohnzimmer und förderte einen blütenweißen Papierblock zutage. Ambrosius war schon immer ein guter Zeichner gewesen. Er skizzierte den Grundrest des Platanenhofs und denjenigen der beiden Klöster und des Alters- und Pflegezentrums Elfenberg. Ein Pfeil wies auf den Elfenberg, und darunter zeichnete Ambrosius mit großem Geschick Patientenzimmer, Aufenthaltsräume, Roboter, Technische Gerätschaften und Personal. Mit einem weiteren Pfeil verband er ein Dollar-Symbol mit den erwähnten Elementen. Wu begriff sofort. You want to develop this? sagte er in korrektem Englisch. I will assist you, but I have to hide from Dr. Huyang. Ambrosius durchlief es siedentheiß. In dem ganzen Durcheinander hatte er Professor Wendelkirsch, Dr. Huawing und Professor Lüthardt, seinen Freund, völlig vergessen. Die drei, die viel Geld in die Neuausrichtung des Alters und Pflegezentrums investiert und die ganze Forschung rund um die digitalen Zwillinge finanziert hatten, würden ein vitales Interesse am letzten Überlebenden der drei Wissenschaftler haben. We will have to talk to them, sagte Ambrosius bestimmt und fand in diesem Moment zu seiner ärztlichen Autorität zurück. Immerhin war das Geld nun versteckt und Pater Lucius, Wu und er waren vorübergehend in Sicherheit. Was aber war in der Zwischenzeit aus Sabea geworden? Wer jetzt als allererstes Ruhe brauchte, war der kreidebleiche Pater Lucius. Seine Lippen waren blau angelaufen, seine Kurzatmigkeit und seine Halsschlagader wiesen auf eine mögliche Rechtsherzinsuffizienz hin. Der Mann benötigte dringend Ruhe. Sorgsam wurde er, mit leicht erhöhtem Kopf, im Wohnzimmer auf den Divan gebettet. In diesem Moment merkte Ambrosius, wie lieb er den Alten unterdessen gewonnen hatte. Er drückte ihm die Hand und ging hinter Wu zurück in die Küche. Er drückte ihm die Hand